ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem let's play so guck mal an den konkurrenstufe rot 1 gegenschlag auf seiten der alliierten bemastert ganz genau leute und wir waren aber letztes mal in dieser rettungsmission und ich bin da am ende irgendwie stecken geblieben die hat meine basis platt gemacht hier oben aber jetzt habe ich mir das aber angeguckt und ich habe in dem betrieb jetzt schon mal frühzeitig gerettet und genau wir müssen jetzt hier diese radarstation infiltrieren da kommen nämlich da oben jetzt so einheiten gleich was das denn artillerien die will ich haben leute was soll das das ist ja übelst verpackt jetzt super super doll so da sind die beiden panzer gut dann müssen wir jetzt die radar station infiltrieren wir müssen sie nämlich so schnell wie es geht umprogrammieren hier so gut spion ist kein spion warum ist hier kein spion ich habe doch eben ein spion gekriegt heute das ist ja wohl jetzt aber eben mega blöd gut egal was die weiterfahren was die einfach weiterfahren so der spion ist hier und dann hier rein ist schon da rein ja krone panzer oh mein gott sie sind verpackt hier guckt euch das an einfach da oben raus gekommen okay egal spion direkt da umprogrammieren damit wir da ja keinen stress mit kriegen wirklich ich habe keinen bock gegen diese panzer da machen die nämlich die eigenen einheiten platt soll ihr vater du gehst aber bitte rein spielen so wir sehen die ganze map ist schon mal gut so die man muss die machen jetzt glaube ich die russen platte ja richtig ganz genau dann können wir jetzt die weitere und so ganz genau das bei dem punkt war nämlich beim letzten mal und ich sagen können wir die sachen man nehmen der krone panzer ist jetzt weg ist komisch ja egal leute bauen wir uns eine armee auf sie hat ja dass die machen jetzt die russen platt sehr sehr schön äh warum schießen sie daneben ist noch einer haha geil oh wie geil leute wie geil okay die sind also doch nicht explodiert das sind einfach nur atombombenpanzer okay die wenigen die schaffen das nicht schaut euch das an okay alles klar dann haben wir ja ein bisschen unterstützung dann ist diese mission ja relativ easy peasy ganz ehrlich so dann sammelt euch mal hier oben bitte dann lasst uns hier unten sammeln so wird gebaut so die machen hier alles platt ne genau die machen alles platt und die kriegen den tatsächlich platt schau dir das anlöte Mammutpanzer ja wird gebaut so genau ihr macht schön die russen für uns platt vielen dank so dann auf die tesla spule los auf die drecks tesla spule dann machen wir hier oben platt und ihr macht hier unten platt ja so wenn die gleich explodieren dann geht da oben die atombombe los und das ding ist gegessen so das war ja am ende gar nicht mal so schlimm das war es sogar schon oh mein gott okay krass das war es sogar schon ja na dann easy oha oha okay leute das war ja das war dann doch relativ easy man muss nur wissen wie na effizienz null ja ist egal so bonusgalerie freischalten abschließend polen ferngelenktes kriegsspielzeug alles klar so leute dann würde ich sagen gucken wir uns noch mal kurz die bonusgalerie an und dann würde ich sagen gehen wir einfach mal weiter so aber erstmal bitte nicht die nächste mission spoilern nicht die nächste mission spoilern bitte nicht so bonusgalerie hier zack joe gushin zielt auf die kamera der kane kane nimmt eine aggressive Haltung ein cool 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 der kane ja gut alles klar leute wir haben noch vier missionen polen licht aus okay licht aus sehr interessant krass okay cool dann dann machen wir mal weiter so die sowjets planen einen atombombenangriff auf london wie wir es in der main cutscene schon gesehen haben in der main story die raketen silos befinden sich auf einer insel die nur über einen einzigen gut verteidigten strandzugang verfügt wir könnten einheiten auf die insel fliegen doch flackstellungen auf den umliegenden inseln verhindern das unsere einzige option ist der chronopanzer nutzen sie die fähigkeit des panzers um ihn zu den radarsstationen zu teleportieren mit denen die flackstellungen gesteuert werden besteuert werden ja und zerstören sie diese sobald dies erledigt wurde wird tanja eintreffen und die verteidigung der hauptinsel zu schwächen sehr cool sobald die stromversorgung unterbrochen wurde wird ein mbf eintreffen das das helfen wird die raketen dieses zerstören oh sehr schön oh hei hei uff okay okay uff wo denn wo denn ah hier holopanzer so dann macht die kaputt war los die müssen nicht die brücke kaputt machen nein 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 nicht die brücke mache ich machen so heute okay dann einmal hierhin und du auch einmal hierhin gut Leute flacken wir eigentlich platt machen ja trotz die ziehen nämlich schön viel ab das ist ja das gute an die Dingern nächste flacken wir platt machen so aber frage ich mich gerade wo ich erst mal hin muss naja so flammen weg machen was so das ist interessant jetzt ja ich weiß nicht wo ich hin muss ich gehe einfach mal drauf los uff jo schauen wir mal schauen wir mal so wo sind die Radarstationen ah nein oh um Gottes Willen warum lasst ihr euch abballern seid ihr bescheuert diese KI ne diese KI ist so übertrieben dämlich wirklich so Radarstationen die müssen weg liebe Leute und ja Leute geht's euch gut ich hoffe es geht euch gut Ziel erreicht das ist hoffentlich ne Heilkiste ja es ist ne Heilkiste sehr gut dann hier weitermachen zack und hier zack zack sehr gut ja ich hoffe es geht euch gut Corona wird hier wieder schlimmer zur Zeit ähm ja das ist das ist gerade ein bisschen blöd aber es lässt sich leider nicht ändern also es lässt sich schon ändern wenn die Leute mal ein bisschen mehr die Regeln folgen würden aber naja gut das ist jetzt ein anderes Thema äh wir suchen hier weiterhin die Radarzentralen ne die lassen sich wieder abballern das ist nicht so doll so da ist die nächste Radarzentrale oh was ist das denn für einer was ist das denn für einer äh der Renn zum Hubschrauber ist das in Ordnung ich weiß es nicht oh Gott sei Dank da ist die Hubschrauber da ist ein Hubschrauber sehr gut da ist die Tanja Leute da ist die Tanja von der sie gesprochen haben okay und da ist ein Minikin watz 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 geile Sounds hier wirklich oh was oh je je okay okay kaputt krass so Energie platt machen bitte was wir auch platt machen zerstören sie die beiden Raketen so jetzt kommt hier doch irgendwo der MBF da ist er da ist er Leute der MBF oh mein Gott dann die Kiste bitte nehmen so du machst bitte die Tesla platt so Leute wir haben einen Bauhof sehr sehr gut Frage ist jetzt halt wo soll ich meine Basis hinbauen wo soll die Basis hin Leute weil wir sehen ja hier nichts erwarte ihre Befehle so die ist voll sehr gut hier eine Ordnung solltet ihr sehen hier eine Danke schön jo das sieht aber relativ gut aus hier aber ich weiß halt nicht wo hier Kohle ist ne das ist das wo ist hier Kohle ah hier links ich hab ich sehe da Edelsteine rausgucken oh geil sehr schön wir können endlich mal wieder vernünftige Basis aufbauen oh mein Gott wiedersehen dankeschön so ja hier oben sind die Ressourcen alles klar dann geht's mal los wir können direkt eine Werft bauen das ist interessant und ja Leute freut mich dass ihr mich wieder hier eingeschaltet habt bei dem alten Guck mal eine Conquer Remastered ja das macht mir nach wie vor sehr Spaß auch wenn wir noch nicht mal ein Viertel des Spiels durch haben ne das ist ja die Tanja ist hier gefangen das ist schade ach du bist du weg geh doch weg ey was macht der denn ist der blöd gut Leute dann Raffinerie kommt der Sommler da rein er kommt da rein sehr sehr gut alles klar dann Großkraftwerk da ist nämlich ein Panzer gut dann kann ich mit dem noch mal ein bisschen erforschen das ist hier das Großkraftwerk und einmal eine Waffefabrik können wir das mal verkaufen uiuiui das ist jetzt aber doof dann dann fahrt die platt oder keine Ahnung fahrt die platt so keinen Stress mitmachen einfach platt fahren so und der kann man nach rechts fahren laufen yo Raketenwerfer alles mögliche das ist ein Hubschrauber ey der ist voll weit gekommen was gut dann Mannekenfabrik wir brauchen schon Silos oh mein Gott ja weil er die ganze Zeit hier Edelsteine sammelt sammelt doch hier unten das so dann einmal Sammler so und einmal Radarstation ganz genau Leute dann haben wir endlich mal vielleicht eine angenehme Mission weil das Add-on ist ja wirklich fies das Add-on ist wirklich fies Leute gut wir haben jetzt keine Kohle mehr äh Panzer geh weg so Leute ganz genau ich gebe dir mal Verstärkung ah ne reicht schon alles klar cool dann haben wir das fahr doch nicht da unten her bist du blöd so der andere Sammler nicht da da ist ein Panzer du Idiot so so hier zack sehr schön Leute oh nein bitte nicht zum Glück ziehen die viel ab ey wirklich zum Glück ziehen die viel ab boah wir haben da mit dem Panzer angeschissen das ist ja unfassbar wir brauchen schon Silos ja dann würde ich sagen tue ich ihm mal ach verdammt egal dann würde ich sagen tue ich ihm mal den Gefallen oh da ist noch ein Panzer gut dann fahr den platt ganz genau äh ja ich hab doch jetzt Silos gebaut Mensch alles gut gut dann bau einfach Verteidigung Mann so wir können alles bauen außer den Krono Chronosphäre Mensch Raketenwerfer zum Glück hab ich hier gerade passend Verteidigung gebaut ey Mensch jetzt hör doch mal auf Konstruktion abgeschlossen blöder Busse so Leute dann bräuchte ich noch eine kleine Werkstatt so Bunker ach du Scheiße schieß du bitte mit drauf das ist ja wohl richtig assi was du hier machst da fliegen Mix rum okay die wollen unbedingt auf den Kronopanzer die wollen unbedingt auf den Kronopanzer aber den behalte ich erstmal den kann ich nämlich nicht bauen Leute den kann ich nicht bauen gut dann lass ich das das kommt hier hin dann Tech-Zentrum das reparieren ja den kriegt ihr oder den kriegt ihr ja sehr schön perfekt so einen hab ich jetzt noch einen Kronopanzer so Leute Mensch der kommt immer angeschissen hier wir sehen dankeschön oh wir können doch eine Chronosphäre bauen okay cool Leute allerdings erstmal Energie so Konstruktion abgeschlossen und zack wir können doch eine Chronosphäre bauen das mach ich in diesem Fall auch mal jetzt krieg ich Verstärkung Atompanzer ach geil Dankeschön Alliierte das nimmt man gerne an so gut dann bau noch mal eine Energie dann brauche ich gleich die Chronosphäre tatsächlich Leute ich werde die Chronosphäre bauen wegen dem Kronopanzer so Chronosphäre zack auch wenn die extrem viel kostet aber ist in Ordnung stopp stopp wir können die Dinger bauen okay das ist schon mal gut auch wenn sie 2400 kosten aber das ist okay weil die halt extrem geil sind das ist das ist die Sache da gut Leute würde ich sagen machen wir einfach mal weiter wir haben ein Text hinter aber das kann wieder nicht die ganze Karte erforschen ja gut in dem Fall hat es uns den Chronopanzer hier gebracht deshalb bin ich da nicht böse drum absolut nicht gut Leute dann hier und noch ein Bunker der kann mal die Raketengitter auf sich ziehen weil die werden nicht treffen siehst seht ihr und dann jetzt und dann hier zack so zack oh die Hubschrauber shit die Hubschrauber sind übel Leute aber die werde ich jetzt auch bauen die werde ich jetzt auch bauen tatsächlich so hol mal Edelsteine ran ja dann brauche ich gleich auch noch zwei Silos und was macht dieser Mammut da das ist jetzt gerade nicht so nicht so geil ist das mies ist das mies kommt der hier rein nö ich wollte schon sagen äh oder doch bauen wir lieber eine Verteidigung hier eine kleine abgebrochen ja dann fahr die platt sehr gut auf meine Energie was will der mit meiner Energie der Pedder alles klar weg damit so die haben wir gekriegt hier perfekt dann kann ich weitere Hubschrauber bauen noch drei Stück dann haben wir das Ding der Panzer ja gut schaffst du nicht das schafft er nicht Leute so und weg damit zack schade dass die Tanja hier gefangen ist ist die gefangen ist die gefangen wo ist Tanja die ist gar nicht gefangen was labere ich denn da für eine scheiße äh was macht der Sammler die Sammler okay der will hier die Sammler oh mein Gott dann werde ich dafür jetzt die Atompanzer nutzen 5 Sammler nutze dafür mal die Atompanzer bitte dafür nutze ich die Atompanzer ach verdammt das hat nicht gereicht das hat nicht gereicht mit den Sammlern ach man egal dann Hubschrauber das ist ja dreist macht der denn ey so den kriegt ihr einen kriegt ihr wenigstens ja sehr gut und den Raketenwerfer bitte der nervt verdammt ja Leute wir haben auf jeden Fall wo's wo ist Tanja wo ist Tanja haben sie die haben sie die gekillt haben sie Tanja gekillt das glaube ich ja nicht das ist dreist Leute schaut euch das an das ist mega dreist so ja stelle ich kurz einen Bunker hier hin und hier auch einen Bunker bitte was bitte was was macht er denn da ist der blöd der Russer kommt mit seinem Sammler in meine Basis das ist weil er keine Kohle mehr hat ne ja dann versuch das mal komm so macht erstmal diesen Raketenwerfer da weg das ist dreist so und ihr bitte hier was so ja okay egal so Leute dann bäuchten wir nochmal Flax weil er Hufschrauber hatte wird gebaut was hat der auch eine Tanja oder was das ist gerade lustig das ist gerade echt eine lustige Mission Nullsinn so wir brauchen nochmal Silos kriegen wir hin dann würde ich sagen baue ich mal Einheiten hier los und dann hier noch hier noch was zur was zur ich habe eine Tanja sterben hören ja äh gut dann baue ich noch eine Waffenfabrik mal gucken ob die irgendwo reinpasst so die Hufschrauber äh der Sammler ne der gerade übelst auf den Piss so dass der Eiskalt hier reinfährt das ist so ach du Scheiße äh ja gut dann gut dann schießt du da einmal drauf komm so die passt sogar sehr gut die passt sogar alles klar dann brauche ich noch ein paar Flugs und dann passt die Sache so boah Leute aber dann werde ich ihm jetzt gleich die ganzen Sammlern wegnehmen so das ist ja mega dreist was der macht ja da versucht das wieder das ist in Ordnung die Sammler hier ey unfassbar wirklich unfassbar so so jetzt hier und den hier wegmachen so den wegmachen zack die Hufschrauber bitte bei dem Mammut helfen so zack sehr sehr gut alles klar dann hier alles wegmachen bitte alles plattfahren einfach 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 überall mal ein bisschen Wasser Wasser lassen so Leute dann die Sammler plattmachen alle plattmachen bitte so so und ihr bitte hier so das ist ja das geht ja gar nicht was der hier macht das geht wirklich nicht Leute dass der mir hier die Ressourcen vor der Nase klaut nein das geht gar nicht so dann hier die Hubschrauber bitte auf den Sammler und Kronopanzer so mach diesen scheiß Sammler weg mach den weg oh ja hat er irgendwie wieder einen Turm weggemacht ja super toll das ist weil ich die Flak gebaut hab ne so eh verdammt nochmal warum verdammt nochmal so meine Güte also langsam wird's nervig ja ich werd Kronopanzer lieber nicht bauen die sind mir zu teuer wirklich die sind mir zu teuer so da ist ein Mammutpanzer noch da unten ey unfassbar Leute wie dreist der ist jetzt mal die scheiß Energie reparieren warum reicht die auch auf einmal nicht hä ach wegen der Flak wegen deinem Flak hier gut dann jetzt will er meinen Flak machen Sammler Kronopanzer schnell hier oben Alter du Penner ja dein Ernst jetzt hat der Eiskark meinen Sammler platt gemacht okay dann dann zack ich brauch noch ne Energie ne ne kleine so zack nein böse Manneken wirklich so zack das ist ja krass dreist ey wirklich so okay egal Hubschrauber auf den Sammler los hier muss man echt schnell reagieren so Leute die Kohle ist hier echt begrenzt natürlich schaffen die das nicht ach verdammt gut ich brauch keine Kronopanzer es bringt nichts hier schade eigentlich ich hätte die gerne mal eingesetzt aber gut so hier Panzer bitte hierhin und die scheiß Sammler platt machen los so hier reparieren und hier platt machen platt machen los platt machen platt machen ach verdammt Tesla Spule raus hier raus hier oh mein Gott okay das ist jetzt ein Ressourcen Kampf wirklich ich sah dann eh verdammt so nein bist du ey 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 lässt du meinen Sammler das ist mein letzter ich krieg nochmal Verstärkung okay was genau krieg ich denn was genau krieg ich denn Leute ich könnte jetzt eigentlich nochmal einen Sammler gebrauchen das geht auch das ist auch okay hui so Leute Hubschrauber bitte nochmal diesen Sammler da platt machen so so mach den kaputt verdammte Scheiße so okay und rein und rein hier und in die Basis locken hab ich nur noch einen ich hab nur noch einen Sammler oh mein Gott oha der hat noch einen warum hat der noch einen der hat noch drei oh mein Gott gut dann Atompanzer dahin Alter Schwede das ist unfassbar das ist unglaublich ne soll diese Atompanzer hier und im Arsch machen los pack nochmal hat nicht geklappt na toll ach man Leute das ist ja wohl nicht wahr das kann doch wohl nicht wahr sein der kann hier echt die Ressourcen vermeiden Haus klauen das ist unfassbar Leute so so und ihr schießt nur auf den Hubschrauber bitte der scheiß Hubschrauber da okay nein dann der hat noch Sammler das ist unfassbar gut ihr macht bitte den Sammler hier platt der hat immer noch Sammler Leute sind die abziehen wenn die Einheiten sich noch nicht bewegen was der Mammut ja dann mach den im Arsch hier los scheiße das ist schon übel ja was kommt da da noch mit Mäniken angeschlossen die Frage ist gibt es hier echt kein Geld mehr Leute wenn er jetzt hier immer mit Mäniken kommt dann stell den Tor einfach da hin Mälde Mälde Befohle bestätigt so mach den kaputt die scheiße so so was ist kaputt Tor ist da noch so ein Raketenwerfer der macht mir jetzt hier alles natürlich nacheinander kaputt Alter so ja klar also so langsam ist gut Leute langsam ist gut wirklich wir haben hier keine Ressourcen mehr das ist schlecht das ist jetzt gerade echt müß aber gut egal Leute die halbe Stunde ist schon wieder voll wo kriegt ihr die Einheiten her macht ihr nochmal hier einen kleinen Soldatenkampf ja haben sie fast geschafft dann fahr den Kennedy halt platt du sollst ihm ja ist das dreist ey gut egal Leute Hubschrauber macht bitte den Mammut weg so so zack zack so dann ist er gleich weg so ich kann noch nicht mal hier ich kann nicht ich kann nichts bauen Leute das ist so zum kotzen Gubi Panzer so was 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 ich würde eigentlich ganz gerne noch mal kurz Gummipanzer bauen um so ein bisschen zu scouten hier weg damit keine ressourcen mehr keine Ahnung also ich hätte die Kohle besser nutzen sollen glaube ich tja was kann man vergessen dann kann ich die zwei Silos eigentlich mal verkaufen hier eigentlich auch eine Flak so weil bevor ich die Folge wende möchte ich noch wissen ob es hier noch ressourcen gibt so machen wir da oben hin es kann ja sein dass der Russe mir diese Sachen einfach vor der Nase weggeklaut hat oh Gott das sieht echt schlecht aus das sieht echt scheiße aus Leute so das sieht echt blöd aus jetzt es kann sein dass ich die Mission gleich nochmal neu laden muss ja gut aber Leute wisst da was ihr habt in der letzten Woche kein Kummer von mir gekriegt wir machen die Folge erstmal 45 Minuten so habe ich das gerade beschlossen hier unten ist sogar noch was schaut euch das an hier unten sind noch Erzvorkommen aber das muss ich am Anfang besser regeln mit den Ressourcen gut Leute dann würde ich sagen neu starten wir machen eine längere Folge draus oder laden einfach oder oder laden einfach Moment geht das mit dem laden habe ich schon mal gespeichert Mission 13 ja komm machen wir einfach eine dreiviertel stunde jetzt raus ich habe nicht gespeichert ich Idiot na gut egal ich weiß ja was zu tun ist gut da sind die Panzer hier die schießen wir da oben drauf bitte so einfach zack und das das Geld ne oder das Geld das habe ich beim letzten Mal nämlich nicht gekriegt haha so das habe ich beim letzten Mal nicht gekriegt das Geld so dann hier und einmal hier zack so gut was ist das da oben wegmachen Flammenturm genau den hier auch wegmachen so gut sehr gut sehr gut Leute so Radarstation alles klar Leute ja die kosten einiges ey wirklich ab 5000 Geld das waren waren das zwei Trucks gerade eben am Anfang ne so und so weg damit und das hier wegmachen ganz genau batz batz sehr cool dann können wir uns hier die Kiste nehmen alles klar ach so äh ja ah Kirchenmucke geil Kirchenmucke wir haben wieder Gottes Segen hier ja genau gut Leute ach Kampfpanzer ja gut ey kurz weg mit dem Scheiß so alles klar cool dann hoch hier los so dann sind wir ja glaube ich hier genau wir sind beim nächsten Flammenturm angekommen so dann machen wir das ganze nochmal hier diesmal mit vernünftigen so den kriegen wir nicht ne den kriegen den kriegt man nicht das ist das ist das doofe aber gut ist egal gut so das sind Hubschrauber die machen die Teslas platt sehr gut Leute alles klar dann Tanja nachher die Männchen platt so batz batz so batz batz so alles klar die Energie für die Tesla noch platt machen hier ganz genau und hier noch so und Verstärkung da sind sie du machst bitte die Tesla platt du gehst bitte mit hier oben hin zur Verteidigung so ganz gut ach du Scheiße was ist denn da draußen los wie der Racer hier jetzt müssen wir auf jeden Fall schnell sein okay ich verstehe schon so Leute wir sind wieder da welche aber als erstes das werde ich jetzt nämlich nicht machen ich werde als erstes hier vorne rein hier vorne rangehen ganz genau da sind nämlich schon die Panzer so der willst nämlich schon verteidigen hier macht ihn doch kaputt verdammt so ich sag einfach direkt weg machen hier und ihr könnt jetzt mal hier den die Raketen werferplatt machen so wo sind sie denn da ist er doch zwei Schuss und der ist weg ja gut okay gut Leute nein du gehst zuerst hier gehen die Edelsteine einsammeln ich hab von der letzten Mission gelernt wirklich so Leute dann Waffenfabrik und hier schützen Leute hier direkt schützen so alles klar der Soundshaker richtig gut okay alles klar dann sack dir hier bitte die Edelsteine ein dieses Ressourcengebiet ist so wichtig ich kann es euch gar nicht anders sagen das ist so wichtig das Gebiet ey aber vielleicht braucht man gar keinen Kampf da ist ein Hubschrauber der schießt schon auf meinen Sammler ja ja das ist der schießt schon auf meinen Sammler alles klar gut dann Mensch lässt du mal meinen Sammler in Ruhe so alles klar liebe Leute dann könnt ihr ach du scheiße Tanja mach die platt so alles klar und zack weg weg machen damit weg damit so Leute dann Werkstatt ja der drauf schießen und beschützen so Leute dann noch einen zweiten Sammler alles klar ist im Bau sehr gut dann zack und Energie da ist der schon wieder da sind schon wieder die scheiß Hubschrauber so beschützen hier los so so einfach kurz ach du okay zumindest der eine nervige Hubschrauber schon mal weg so Edelsteine sammeln einfach Edelsteine einfach nur die Edelsteine hier der Rest ist egal wirklich du kannst ja schon mal reparieren Tanja oh 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 Hubschrauber und drauf schießen oh nein verdammter Hubschrauber shit egal Leute wir haben auf jeden Fall schon mal ein paar Ressourcen hier gekriegt so äh Baumerverteidigung da kommt nämlich ein Panzer da kommt nämlich ein scheiß Panzer so oh mein Gott ich hab keine Kohle zum reparieren das ist ja wohl ja dann Tanja komm hä die macht sogar ein bisschen Schaden einfach macht Tanja Schaden krass oh nein Gott hörst du auf hast du meine Tanja Hörst du auf boah der hat es wirklich auf meine Tanja abgesehen ey unglaublich wirklich unglaublich so Flack komm dann bau halt einfach nur eine Flack so alter jetzt 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 geht das wieder los hier ne so Flack und und am besten Gummipanzer ach du Scheiße fahr bitte oh Gott sei Dank so Gummipanzer komm kommst du raus mach diesen Raketenwerfer weg so 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 meine Güte so bleibst bitte hier so geht mit der Scheiße haha so Leute alles klar dann würde ich sagen haben wir 40 Minuten Edelstein das sind das sind noch ein paar sehr gut der kommt nämlich gleich und versucht hier alles wegzuklauen na das ist so was brauchen wir noch wir brauchen noch ein Tech-Zentrum so Leute du kannst bitte hier oben weiter sammeln so alles klar Leute sehr gut dann haben wir das hier 5 Minuten haben wir noch die kann der Gummipanzer plattfahren einfach plattfahren einfach drauf fahren ganz genau ganz genau so sehr schön Leute gut oha das zieht aber echt viel Energie nicht schlecht okay dann ja Leute wie gesagt eine Folge mit Überlänge es liegt daran weil ich halt letzte Woche kein C&C aufgenommen habe und deshalb gibt es jetzt mal hier eine überlange Folge so da sind die Atompanzer okay das ist schon mal gut wir brauchen Silos und du mal bitte hier hin so da kommt er schon wieder mit Panzern ne so ja ja da kommt er schon wieder mit Panzern der Sack aber ist in Ordnung so haha hier ist nichts mehr für dich zum klauen blöder Russe so ja ja komm ist ok so dann zack wow nicht schlecht Raketenwerfer ok so alter Spiele ey das ist nicht wahr so der Russe ey der Russe ja ja so Leute dann ach nein jetzt kommt dieser blöde Mammut da ne den hab ich auch vergessen diesen Penner da ja boah ist das dreist Leute ist das dreist das ist wirklich dreist so alles egal komm die Energie hab ich nämlich zu viel gebaut so sehr gut Verteidigung aufbauen so weiter geht's ja hier hat man ganz schön viel zu tun aber jetzt haben wir diese Ressourcen knappheit zumindest etwas überstanden hoffe ich weil das war ja wirklich gerade da kamen wir auf einmal mit fünf Sammlern hier an so alles klar dann noch ein Bünkörchen ich hab wieder kein Geld muss nämlich noch die Schrauber bauen du sammel doch die Edelsteine Mensch sammel die Edelsteine immer schön Edelsteine so da ist er nämlich schon wieder oh Gott ich wollte schon sagen ey lässt du das bitte bleiben dieser Sammler der macht mich verrückt Leute so dann eins so dann da ist er nämlich mit seinen Sammlern haha und da habe ich jetzt natürlich die die Ressourcen habe ich ihm schon alle weggenommen ne das ist ja ja nein 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 hier bitte schön auf die Sammler ja Sir in Ordnung gut so den einen können wir sogar platt machen ja der eine ist sogar weg sehr gut ja sehr sehr schön gut die kannst du platt fahren bitte so wo wird mein Stützpunkt angegriffen egal so alles klar jetzt hat er wieder die Sammler jetzt versucht er wieder die Ressourcen da weg zu nehmen okay unser Stützpunkt wird angegriffen oh wo ist meine Tanja eigentlich ach die ist weg naja stimmt die ist ja weg die ist ja weg die Ressourcen abgeschlossen oh nein oh das ist mies ne sowas ja gut egal dann habe ich halt nur drei Hubschrauber ist nicht schlimm so dann mach diesen diesen Sammler endlich mal weg so dann hier im Bunker so meine Güte so alles klar Leute dann haben wir die 45 auch schon voll das ist ja ja das ist so dreist aber ist okay Leute so dann können wir nicht jetzt jede Menge Gummipanzer bauen für das hier so oder geh du doch auch hier sammeln so alles klar ach du scheiße oh man ja gut ne dann mach den Sammler kaputt ist besser Leute ist besser wenn wir ihm die Sammler wegnehmen wirklich das ist wirklich besser so mach den doch kaputt so du auch bitte diesen hier der ist nämlich fast kaputt und der will heim der will heim alter so weg damit gut was zur Hölle der Mammut ne ja so weiter Hubschrauber bitte hier drauf boah ey das ist ganz schön heftig XXL Folge so Leute gut alles klar dann würde ich sagen nehme ich ihm jetzt gleich die Mäniken weg und jo und den Sammler hier noch und dann werde ich mal die Folge beenden tatsächlich so wegnehmen los wegnehmen den Kack oh und zack zack ach verdammt verdammt egal Leute ich kann die Folge nicht beenden es tut mir leid das hat Überlänge ja das ist ich hab hier Gummipanzer stell die mal nach da oben so wegmachen so hier auch die wegmachen mach die scheiße weg so die beschützen die Sammler ne die schützen die Sammler ja so dann hier wegmachen los Hubschrauber wegmachen Sammler sammeln los so Raketenwerfer mein Gott also ich ich beende die Folge wenn ich das hier alles äh ja kaputt gemacht hab aber es ist irgendwie es ist irgendwie ja keine Ahnung so wow das ist echt krass was der hier auffährt so Leute das ist unglaublich so gut egal Hubschrauber bitte diesen Panzer wegmachen so ey das ist unglaublich ne die schaffen den Panzer nicht ja komm Mäniken so und hier so alles klar so die laden sich auf ja es wird tatsächlich ne 50 Minuten Folge das ist ja gut alles klar Gummipanzer komm bitte schnell hier hoch fahr diese blöden Mäniken platt da kommt dann nochmal mit dem Sammler so kein Geld das wollen wir ändern so liebe Leute und den platt machen genau Leute den platt machen den platt fahren so ach du heilige ey das ist wirklich viel das ist wirklich viel was er hier hat so und zack und zack und ich krieg's nicht kaputt ne ich krieg die nicht kaputt das ist ich krieg diese Sammler nicht kaputt der gelbietet auf meine Energie ja 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 kommt mach die kaputt jetzt hier los so so Leute also das macht wirklich Spaß ja aber es ist halt viel viel zu managen aber ist okay ist in Ordnung so die Sammler weg machen mach die weg verdammt nochmal die Mannigen könnte alle platt fahren die Mannigen könnte alle platt fahren ähm jo und diesen kaputten Panzer da mal weg machen sehr gut diesen Raketenwerfer weg machen du auch bitte dann fahrt die platt fahrt die platt komm die ganze Mannigen hier so sehr schön Leute dann haben wir das hier gewonnen würde ich sagen also die Schlacht ums uns Erz und ja wenn euch die Folge gefallen hat liebe Leute lassen wir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da äh wirklich sehr freuen und ja dann würde ich sagen speichere ich das ab und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag ne ein Satz tschü tschü